Nach aussen. Erster Starter ist geglückt und es ist der Athlet vom LC Regensdorf, der hier sehr gut über die Hürden kommt, über die ersten Hindernisse, Simon Kögl. Er führt, aber würdig ist ihm auf den Fersen. Simon Kögl als Sieger, 16.12 Uhr, die inoffizielle Siegerzeit für ihn und das bei einem leichten Rückenwind.